Heilige Macadamia, es ist angerichtet. Ziel voraus auf 12 Uhr. Diese Nuss knacken wir! Hey, wieso riecht es hier nach gebrannten Mandeln? Da kommt Wasser auf uns zu! Er hat unsere gesamten Wintervorräte vernichtet. Wir werden alle sterben! Wenn deine ganze Welt zusammenbricht. Lass den Kopf nicht hängen. Schau nach oben. Wir sind im siebten Nusshimmel! Okay, wir stellen eine Gang zusammen und brechen da ein. Aber wir machen das auf meine Weise. Demnächst. Wenn wir den Laden ausrauben, können wir überleben. Hast du einen an der Nuss? Die Menschen haben den ganzen Laden vermieden. Hier. Es wird kein Zuckerschlecken. Wir reden hier von Mandeln, Erdnüssen und habe ich schon den Cashew-Krokant erwähnt? Ist das eine Süßigkeit oder eine Nuss? Beides. Und hier kommt die Gang. Schautan! Der Kopf. Wir graben genau hier von der Gasse in den Keller. Ich werde nicht graben. Weil du blind bist wie eine Fledermaus. Was? Wer hat das gesagt? Der Draufgänger. Geronimo! Oh, eine Ratte! Sie steckt in meiner Unterhose! Der Weißer. Hey, kann ich bei euch mitmachen? Ich kann mich totstellen. Und sieh dir das an, total verrückt. Der macht, was er will. Es geht um die Nuss. Findet dieses Eichhörn. Wir sind keine Horde wilder Tiere. Das habt ihr nicht kaum sehen, was? Wir könnten das tatsächlich durchziehen. Sieht mal, was ich gefunden habe. Super, oder? Was ist das los? Hey, Söly. Was hattest du eigentlich zum Frühstück? Operation Nussknacker. Ich beherrsche die Mund-zu-Mund-Technik. Es geht dir gut.